Hey, am Ende Event abgeschlossen. Coole Sache. Ey, gescheitert ist es! Gut, Event gescheitert, auch nicht schlecht. Das ist ja der Witz auch, wenn's scheitert und du Gold hast. Ja, toll, ne? Ironie! So. Gratulation, ihr habt verkackt! Dafür kriegt ihr Gold! Yay! Ja, äh, dann, äh, ja. Sollen wir zum Fähigkeitspunkt im See schwimmen? Und da oben den Fähigkeitspunkt holen? Joa. Joa, ne dann. Können wir uns erst mal da oben den Portpunkt holen. Den haben wir ja schon. Naaaah. Ich, äh, vor, vormachen. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich hab... Was ich die ganze Zeit mache? Du fragst, was ich die ganze Zeit mache, ja? Seht so, die wir nicht auf dem Boden. Ja, ich hab geredet, ich bin die Wunschkasse. Ich hab die Quest gemacht, ich habe, äh, den... den Fertigkeitspunkt, ne, den... den Vista mir geholt. Haben wir auch schon gemacht. Ich habe ausgespäht, wie alles denn wunderbar hier funktioniert mit dem, äh, Mörsern und so, ne? Hab das Event so gesagt. Und deswegen haben wir es trotzdem gescheitert, ja. Ich, ich bin im Gegensatz zu euch da oben bei der Quest nicht verreckt. Ja, weil du halt gegen Schwächere gekämpft hast. Und wir waren, und da bei uns waren es auch noch mehr. Wir haben gegen 2.000 ge... 5, 6... 4 waren, 4, 5, 6 waren das. So, und ich hab gegen 3 gekämpft. Das heißt, auf euch kommen dann pro Person 2,5. Du hast nicht gegen 3 gekämpft, du hast gegen 2 gekämpft, hast du gesagt. Nein! Nein! Kurz bevor der eine gestorben ist, kam noch ein dritter dabei. Genau, und dann ist der andere gestorben, dann waren es wieder 2. Ja, das ist ja dann egal, aber in der Hauptwassermann... Ja, das ist nicht egal. Oh, Mann. Ja, aber das ist was ständliches dafür. Ja, aber das ist was ständliches dafür. Wie ich mir wieder von mir wegrenne, das ist ja schrecklich. Ja. Ah, das ist ganz, ganz schlecht gerade. Ich bin ja schon auf dem Weg. Hilf mir! Man hat einfach keine Fähigkeiten. Hilf mir, Dr. Frost! Du kannst mir nicht helfen, weil du hast noch mehr gebracht. Scheiße! Lorenz, schwimmst du auch zu mir? Ja, warum sollte ich nicht zu dir schwimmen, wenn hinter mir 3 sind? Ja, wir machen den voll Schaden. Ja, ich mach dir noch 25 Punkte Schaden, sonst wäre für die Effizienz die Knalle. Ey, ich bin die ganze Zeit... Ja, die regenerieren das zu schnell! Schau mal! Scheiße! Das bringt nichts! Wir machen gar keinen Schaden! Ja, raus hier einfach! Schwimm um dein Leben! Ich bin auch eine Heilung! Ja, ich würde sagen, wir müssen wo wir rausschwimmen. Müssen wir vielleicht jetzt irgendwann Anlass holen. Ich beantrage Ortswechsel. Ich beantrage aus dem Wasser raus. Das beantrage ich auch, aber sowas von. Antrag also bewilligt. Gut. Ach, die sind ja alle... Hilfe! Beschwindet, Gegners! Dr. Frost! Nein! Renn zu mir und spring hier rauf! Dann verlierst du die Akro! Okay, du bist eh tot! So, wo soll ich hin? War nett, ihr hier zu mir! Auf der Karte! Da bist du! Wenn du da drauf springst, verlierst du die Akro! Warum? Also war es bei mir! Gut! Siehste? Lustig! Das ist der heilige Ort, oder was? Ja! Ja, weil ich hier stehe! Ach so! So, welche Wegmarke? Ja, wir könnten unser Storikfest weitermachen! Stimmt! Ja, wie war das? Hey, kriegt man irgendwas aufs Maul! Was ist denn das jetzt?! Das war er! Er war das! Das ist seine Schuld! Wer war das? Ja, Dr. Burns hat nen Elite-Magier hergeschwinkt! Oh, voll Idiot! Ganz toll hat das gemacht! Er ist so krass, dass er schon wieder meine Heiligkeit unterdrückt! Deswegen... Ach! Bis jetzt hin? Bis jetzt wieder nach... Bis jetzt, der schwimmt ein bisschen im Wasser herum! Ja, ich dümpel ihn rum! Mir hilft grad nen Elementarmager, ist sehr praktisch! Der macht die Gegner kaputt, ich chill mir hier ein! Das ist ein Cheater! So, wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt einfach ins Menschengebiet und machen dir die Quest, ne? Nein, verstanden! Äh, Wegmarke Felder, ich bin grad noch im Kampf! Ungünstig! Wegmarke Felder, ja! Da geh ich jetzt hin! Ich auch, ich muss nur noch aus dem Kampf rauskommen! Komm! So, hast du's bald? Komm! Komm! Komm aus dem Kampf raus! Sei brav! Geht doch! Ah! Ach! In Ernst! Komm ich aus dem Kampf raus, werde ich wieder angegriffen! Leck mir um Arsch! Wo ist Max? So, Lauf schneller! Und jetzt da hin und... So, eh doch! Geht doch! Endlich reißt! Da weg! Mann, Mann, Mann! Ist das anstrengend! Ständig diese Gegner! Und er ladet und ladet und ladet! So, Dr. Frost, wo ist deine Quest? Ähm, da bei der Wegmarke! Genau hier! Ja, ein bisschen weiter da drüber! Okay! Und ein bisschen links! Ich müsste verkaufen gehen, das müsste ich jetzt schnell erledigen! Na dann! Wait for me! I will come with you! Ich auch! Ich hab auch jetzt schon... Nein! Das ist mein Verkäufer! Silence! Ach... Meiner! Silence! Ähm, Entschuldigung, wessen? Hä? Meiner! Weil so... Ich verkauf jetzt beim... beim Scipio! Ich verkauf jetzt beim... beim Scipio! Wenn du diese Ollen hier auch verkaufen kannst, weißt du auch, ne? Ich weiß das, aber ich wollte nicht beim selben... Wir haben ja gesagt, ich will meinen eigenen! Hast dich zugehört! Immer... immer mehr wie wir, oder wie? Genau! Toll! Was hast du davon? So einfach ist das! Was cool ist! Achso! Na dann! So! 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 Momentan wieder schön... schön leer! Das ist Gott! Ja! Und weiter geht's! Ich muss genau da hin! Juhu! Oh! Was soll denn da sein? Meine Quest! Ey, das Riesenwurm! Nein! Nein! Verdammt! Der Riesenwurm ist ohne uns gestorben! Balthasar schenkt euch Kraft! Ihr wählt mir irgendwie keine wirkliche Quest! So! Ja, meine Quest! Persönliche Quest! Seine! Jetzt muss ich da hin! Unsere ist ja ein bisschen weiter unten! Mein Kaninchen! Ach, Gewehre sind schon cool! Und der Flammer ist jetzt mit Speed angespielt! was habe ich noch nicht gibt es noch nicht für computer keine konsole nein ich bin computerspieler ich hab hier ich hab ne wie kinder spielzeug ja ja für das andere brauche ich ja nicht ich hab hier ein computer controller ja xbox also ich hab mal einen microsoft controller für xbox die gibt es ja für den computer halt wie gesagt mario und co kann man halt nur auf bei für nintendo spielen für alles andere habe ich die habe ich im pc oder oder einen emulator ja aber das ist schwierig sowas simulieren wie ist es auch hallo petra macht ihr hier wir habt ihr diesen ort gefunden ich bin euch gefolgt ich werde nicht tatenlos rumsitzen wenn man seine rolle oder was ja klar ich werde ich gehört zur familie ich gebe keinen von euch beiden kampflos auf gut langweilig aber passt auf und bleibt schon ganz graue haare vor sorge ja ja die hat sich gedacht verdammt jetzt ist ja schon wieder da ja das sind auch geister wir müssen wieder so ein geister ihr bahnar gut machen ich mag einfach nur verbranntes fleisch ich mag einfach nur verbranntes fleisch es ist hyper ja damit müsste das jamming für den löwen schnell voll einfach geben weil wir weil wir überall feuer machen können ja ja sie dürfen uns nicht sehen bis fräulatte hier bereit ist sich vorzustellen die fräulatte bereit ist sich hier vorzustellen ja bis ihr fräulatte bereit ist sich vorzustellen ja bis ihr fräulatte bereit ist sich vorzustellen so ist es so ist sie also so eine bleib schön im feuer stehen hau die da mit nem stock zu? ja klar ja mit ihrer latte das ist sehr effektiv davon redet sie doch die ganze zeit dass sie mit ihrer latte püche schwingt sie hat auch wegen gebrüllt es sind wieder zeit die latte püche schwingt hat sie das geschafft? oh man das ist diese heiligen figur aus der schenkel rekruten alle machen heiligen figur aus der schenkel der ist ja etwa nicht zugehört nein ich höre dir nicht zu sowas ist unnötig wir kämpfen ja schließlich das sind die du hast du nicht zugehört aber das ist die du sie nicht zu beitragen deswegen ignorier ich sie einfach mal hier ist die wieso bist du pink ja ich bin wunderschön was möchtest du hast du dir das echt dings pink gekauft? nö das ist das nö das ist royal das hast du schon so ich haue dem doch Kavara rein den ich mitkaufen muss warum nicht? wie ist das Let's play da? das ist dein coolster charakter wenn du das Let's playst ja aber mein main ist immer noch der beste ha 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 oh man das sind wir zehn wissen was denn ich hab diesen rückschuss gemacht hinter mir war Schluss ich bin runtergefallen ha ha ja das ist einfach meine Mächtigkeit mein Schuss war so heftig dass er mich dann mal zurückgestoßen hat tja kommt vor ne wenn ihr in den Nebeln ankommt grüßt sie schön von zack ich wollte die Entscheidung fällen der Doktor Frost hat hier nix zu sagen und der Doktor Froster tja kennt hier eigentlich schon diese neue ähm Bond-Duell Werbung ja boah die ist so schlimm alle Werbungen sind schlimm nein nein die von M&M ist gut mit der über die Kasse schiebt ja zum Beispiel ja die ist gut aber es gibt meistens nur schlechte weil der eine da äh sonst esse ich die Geiseln wah 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 ja ich find die besser als diese Chalando oder sonst was ja ich find die mit dem Weihnachtsmarmantan irgendwie unnötig ja die ist scheiße alles von Chalando ist scheiße nein die aller 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 seid ihr beide jetzt lila ja macht mich nach weil ich so awesome bin lila pink royal rosa royal rosa oder gibt's noch ne schlimmere Farbe ahahahahahahahahahah das sieht so das sieht so assi öh das sieht so wie scheiße aus ne weißt du aber auch wieder geil weil das so scheiße ausschaut ne weiter es gibt auch Ruhm Ruhm gibt's auch aber ich find die hier hübsch naja klub jetzt bin ich oben so verlieren wir uns wenigstens nicht wir stechen aus der Masse heraus ja ah ich nehm mal Hargoni da so hätten wir uns beim verrückten König auch wieder gesehen ja auf bei dem verrückten Urturm Oh, der Urturm. Ja, dein... Das ist halt... Ach, ich muss eben noch mit dem Leuten wieder zurückquetschen. Wo müsst ihr denn hin? Wir... Pass auf, ich renne jetzt einfach mal hin und du folgst uns. Cool. Du führst, ich folge. So ist es. Da. Nein. Ich muss da hin. Ist nicht genau drauf. Ja, ich kenne die Quest. Ja? Oh, ich hab mir nicht. Ich hab mit meinem Ele in der Beta, den hatte ich auf Reich gehabt. Das seh ich erstmal wie scheiße du eigentlich hast. Hast du voll einen aufs Wahl gekriegt, da schau. Was? Du hast ein blaues Auge. Schau doch mal. Narbe. Narbe, genau. Das ist doch definitiv ein blaues Auge. Gibt's doch zu. Gibt's doch zu. Gibt's zu, wir müssen mit dem Kopf gegen ihn zugehauen. Hm. Hm. Und das ist das nicht. Ja. Das ist das nicht. Vielen Dank.